Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der AMA News. Und während ihr heute meiner Stimme lauscht, sollten wir heute mal lernen, wie man der Stimme des Kunden zuhört. Aber bevor wir loslegen, wie immer die Bitte, Kanal abonnieren und Glocke klicken. Das hält euch immer wieder auf dem Laufenden. Und wer mag, natürlich die MLIs Browser Extension benutzen. Aber nun zum eigentlichen Thema. Die Stimme des Kunden ist am Ende sozusagen eine Zusammenführung von ganz vielen Bereichen, die man einzeln angucken kann. Wie zum Beispiel die Leistungsbenachrichtigung. Wenn was ausgeblendet ist, wo Maßnahmen erforderlich sind, wo man eine negative Kundenerfahrung hat oder Richtlinienwarnung, findet man ja in Kundenzufriedenheit Benachrichtigung. Aber man findet natürlich auch ganz, ganz viel in dem Bereich der Kundenreklamationen versandt durch Amazon Kundenrücksendung. Wo es ja einen Customer-Comments-Bereich gibt, wo man ganz klar sofort lesen kann, was hat den Kunden gestört. Oder was war der übergeordnete Grund der Rückgabe. Fehlbestellung, kaputt, kein Grund angegeben oder falsche Bestellung, also falsches Produkt bestellt. Und da gibt es ganz, ganz viele Ansätze. Und die Stimme des Kunden ist sozusagen dann eine Zusammenführung der Bereiche. Heißt aber nicht, dass ihr jetzt die anderen Bereiche einfach anfangt zu ignorieren. Das natürlich nicht. Ja, im Allgemeinen. Die Stimme des Kunden, der Kennzahlenmonitor, bietet die Möglichkeit, Produkt und Angebote zu optimieren hinsichtlich der Angaben. Ja, man spricht hier von CX Health. Man kann so einfacher und kumuliert und kombiniert und zusammengefasst die Daten einfach sehen. Es beschreibt am Ende, wie zufrieden Kunden mit ihren Angeboten im Vergleich mit ähnlichen Angeboten sind. Das ist natürlich immer gefährlich. Da geht es also um eine bestimmte Zusammensetzung. Aber grundsätzlich basiert es auf aktuellen Bestellungen und Kundenbewertungen. Es ist immer die Frage, wer ist denn ähnlich? Nur weil es ein O-Ring ist und Preisbereich von 10 bis 1000 Euro, das ist ja dann nicht mehr ähnlich. Und das ist natürlich schwer, aber ist, wie es ist. Habt das auf jeden Fall im Blick und ihr kriegt ganz viele Infos. Falsche Daten auf der Webseite, falsche Etiketten, viele Beschädigungen, unvollständige Inhalte. Und dann könnt ihr halt reagieren, um die negativen Einkaufserlebnisse zu minimieren. Egal ob bei Logistik oder bei den Seiten oder bei anderen Themen. Das kann so weit gehen, dass Themen direkt ausgeblendet werden, Produkte unterdrückt werden oder aber auch einfach nur ein Hinweis erfolgt. Ey, du musst jetzt handeln. Du solltest überlegen, hier was zu machen. Und dann gibt es mehrere Optionen, Remissionsantrag, Entsorgung, Angebot bearbeiten und ähnliche Themen. Da gehen wir dann nachher noch drauf ein. Und ihr müsst halt einfach verstehen, dass da wirklich sehr, sehr viel dann möglich ist. Aber wenn ihr das ignoriert, dann ist das natürlich überhaupt nicht gut. Aber ihr seht auch schon, dass die Daten lange vorgehalten werden. Das finde ich ist immer super gut. Diese Angebote zeigen den letzten Stand der Kundenerfahrung und die Kundenbewertung an, die sie vor Löschung des Artikels erhalten haben. Also wenn wirklich mal was gelöscht wurde und dann habt ihr immer noch ein Jahr lang den Überblick, falls mal was gelöscht wird bei euch und ihr sagt, hey, warum sind die weg und wie kann das sein? Dann habt ihr halt 365 Tage, um dann vielleicht nochmal zu prüfen bei der Stimme des Kunden, ob da der eigentliche Ursprung eurer Löschung herkommt. Ja, ermittelt wird das Ganze am Ende, indem verglichen wird mit den ähnlichen Angeboten. Das haben wir schon gesagt. Das ist vielleicht ein bisschen ungünstig, weil nicht genau kommuniziert wird, was ähnlich ist. Aber insgesamt betrachtet Amazon auf jeden Fall Kundenbewertungen bei Warenrücksendungen, also die Retourengründe, Erstattungsthemen, Kundenserviceanfragen und Produktrezensionen am Ende. Und das wird dann sozusagen zusammengefasst und als Einkaufserlebnis sozusagen dargestellt, was da so das Feedback ist. Ja, wichtig ist hier, die negativen Kundenerfahrungen und der Status haben keine Auswirkung auf die Nutzungsmöglichkeiten des Kontos an sich. Es ist wirklich auf Produktebene eine Hilfe, die euch da einfach schützen soll, insgesamt negativer zu werden. Natürlich, wenn du in Summe immer Probleme hast mit Auslieferungen, Bestellungen und so weiter, dann wirst du auch eine niedrigere Gesamtperformance mit der Zeit mitbekommen. Aber grundsätzlich geht es erstmal um die Produkte. Ja, wie sieht das Ganze aus? So kann man sich das vorstellen. Wichtig ist natürlich für prozentuale Themen, dass man immer viel, viel im Hervorragend hat, weil dann ist die 41 bei sehr schlecht nicht aussagekräftig. Aber im Detail, das zeige ich euch, dann halt schon. Es gibt auch eine Kurzdefinition zu den jeweiligen Farben. Schwarz sage ich schon, Rot und Orange, Gelb und Hellgrün und Grün. Und da muss man einfach gucken, akzeptabel ist alles im Bereich Gelb. Kunden sind mit ihrem Angebot ebenso zufrieden wie mit vergleichbaren Angeboten. Das ist wie in der Schule. Eine 3 ist befriedigend und alles, was drüber hinausgeht, ist extra Bonus, Streber und extra angestrengt. Und Orange und Rot sind wirklich die, die man auf dem Schirm haben muss. Dann gibt es riesige Übersichten mit allen Themen. Das glaubt ihr gar nicht, wie wunderbar das aufbereitet ist. Nur die Prozentzahlen sollen euch nicht zu absoluter Angst verleiten. Denn wenn man in die Details geht, bei dem sehr schlecht, ich habe mal geguckt, ob es da bestimmte Grenzen gibt, gibt es aber nicht. Aber hier seht ihr mal, ja, 3 von 6 ist halt 50%. Und wenn du dann aber in Wirklichkeit in dem Zeitraum hunderte Bestellungen hast, dann ist das halt wenig. Aber zeige ich euch nachher nochmal, da gibt es so eine schöne Übersicht dann dazu. Also nur weil da 100% ist und es deswegen sehr schlecht wird, heißt das noch nichts. Ihr müsst halt aufpassen, wenn diese kleinen Ausrufezeichen kommen. Wie unten rechts, Maßnahme erforderlich, Maßnahme erforderlich oder rechts oben, Angebot wurde schon gelöscht. Ja, dann brennt nicht mehr der Baum, dann ist er schon Asche. Wenn man sich das dann anguckt beim Akzeptabel, auch da kann gelöscht werden. Und auch da gibt es dieselben Leistungsprobleme. Ja, und die Hinweise zu groß, Beschreibungen falsch, Qualität ungenügend und so weiter. Und wenn man dann in die Werte reingeht, ja, die sind nicht mehr ganz so hoch, aber ist keine klare Grenze am Ende wirklich da. Da muss man dann aufpassen, hier lieber immer sauber reingucken und dann in die Lösungen gehen. Ja, und was gilt es zu lösen? Ja, Probleme mit dem Status der Kundenerfahrungen lösen, gibt es super Themen und Anleitungen, um sozusagen die Kundenzufriedenheit aufrecht zu erhalten oder die Kundenerfahrungen. Und da gibt es folgende Optionen, die gehen wir einfach mal durch. Die einfachste, aktualisieren Sie im Produktdetailseite. Ja, nehmt das bitte ernst. Ich habe das so oft gesehen, dass da die Bilder dann plötzlich falsch waren, dass tatsächlich die falsche Größentabelle war oder Kompatibilitätsangaben nicht stimmten. Oder eben in der Beschreibung, was nicht drinne stand oder nicht korrekt ausformuliert war. Ja, und da braucht ihr dann auch nicht sagen, ja, aber in der Beschreibung steht es, nur weil es nicht im Titel oder Bullet Point steht. Wenn der Kunde sich nur Titel und Bullets angeguckt hat, ja, dann fehlt es ihm. Also dann ist das schon berechtigt. Ja, und da müssen wir einfach sehen, wie wir unsere Produktdetailseiten besser darstellen und optimieren können. Dann gibt es natürlich Remissionen im Entsorgungsauftrag. Das sollte man auf jeden Fall im Hinterkopf haben und da dann wirklich durcharbeiten. Das ist sozusagen schon fast ein halber Worst Case, aber wenn da wirklich immer Themen kommen wie kaputt oder solche Themen, dann sollte man lieber remissionieren und wirklich mal prüfen und das in den Griff bekommen oder falsch gelabelt, was nicht alles passieren kann. Was Probleme sind, die Amazon sozusagen vor Ort nicht löst. Ja, und da müsst ihr einfach gucken. Ja, Produkt neu anbieten. Das kann auch manchmal passieren. Man klickt einfach drauf, schickt es wieder live und dann ist fertig. Wenn wirklich mal jemand einfach nur irgendwas behauptet als Retourengrund und das dann damit aufkommt. Aber ihr wisst, das ist Quatsch. Das stimmt nicht. Heißt, wir haben wirklich keine grundsätzlichen Probleme bei Produkt oder Angebot erkannt. Aber trotzdem gibt es eine negative Erfahrung. Und dann sollten wir natürlich unbedingt daran arbeiten. Hier ist es so, wie es auch drin steht. Ja, wenn man die Maßnahmen eh schon getroffen hat, ETC oder um die Probleme weisen, die gelöst hat, einfach wieder live stellen. Da braucht man keine Rücksprache halten und dann ist das schon gut. Aber es sollte dann auch wirklich Thema Nummer 1 sein. Das heißt, wenn da ganz viele Leute schreiben, ja, ich hätte nicht gedacht, dass 500 Gramm so leicht sind. Und der andere schreibt, oh, ich hätte nicht gedacht, dass 500 Gramm so schwer sind. Ja, was sollt ihr machen? Es wiegt halt 500 Gramm. Da muss man dann einfach aufpassen. Ja, Widerspruch einlegen ist natürlich absolut möglich. Ja, auch das geht. Und hier gilt es dann natürlich, dass man dann wirklich Kontakt sucht und einfach klarstellt, was da los ist. Und auch dann könnt ihr wieder ohne Rücksprache mit Amazon erneut anbieten. Und da muss man einfach nur klar machen, was jetzt genau die Probleme waren und dann Widerspruch einlegen. Und dann geht das auch wieder. Aber wie schon gesagt, ihr müsst einen klaren Grund angeben und dann geht es voran. Ja, aber wie sieht das nun aus? Natürlich, ihr könnt jedes der Themen anklicken und ihr seht dann, wie viel Bestellungen, wie viel negative Erfahrungen. Und dann können wir damit schon arbeiten. Ansonsten geht ihr direkt auf Problem lösen sozusagen und könnt dann lesen, was ich machen soll. Hier, Angebot bearbeiten. Total einfach, dann kann es direkt weitergehen. Und ihr kriegt auch eine super Zusammenfassung der Gesamtprobleme aufgeschlüsselt in die Prozentbereiche, was da wirklich los war. Und am Ende kriegt ihr sogar noch die aktuellen Themen nochmal aufgeschlüsselt. Hier nur Warenrücksendung. Wenn ihr ein Schlechtes aufmacht, dann kann es sofort sein, dass Angebot ausgeblendet, sofortige Maßnahmen erforderlich dasteht. Dann gilt es natürlich zu handeln. Hier können dann auch mehrere Funktionen dargestellt werden oder mehrere Lösungsansätze. Hier seht ihr schon Widerspruch. Widerspruch erneut anbieten, Angebot bearbeiten. Und dann kann es da auch mal ein paar Themen geben, die einem helfen. Ja, aktuelle Bewertung, Warenrücksendung, Rezension. Und das soll es gewesen sein. Also schnappt euch die Stimme des Kunden. Vergesst aber nicht auch die anderen Möglichkeiten, wie die Daten, die ihr aus den Berichtsebenen ziehen könnt. Und dann lernt die Stimme des Kunden nicht nur aus Suchseitensicht und Amazon SEO-Seitensicht kennen, sondern natürlich auch, wenn es um das ganze Feedback rund um eure Produkte geht, wenn es um Retouren, Rücksendungen und ähnliches geht. Und dann werdet ihr da definitiv erfolgreicher sein. Ja, dann natürlich wie immer die Bitte auch zum Schluss. Kanal abonnieren und Glocke klicken. Dann bleibt ihr auf dem Laufenden. Und es hilft zwar jetzt für das Thema nichts, aber für viele andere Themen, die MLIs Browser Extension nutzen. Ich wünsche euch einen schönen Tag.